Der Creality CR10S ist die überarbeitete Version des CR10, den ich bereits zuvor von meinem Sponsor Gearbest erhalten und getestet habe. Der CR10S wird ebenfalls fast fertig montiert geliefert. Alle Komponenten sind gut verpackt und es sind nur bei genauem Hinsehen kleine Macken an dem schwarz eloxierten Aluminium zu sehen, nichts was die Funktion beeinträchtigt. Alle Kabel sind mit verpolungssicheren Steckern versehen und gut beschriftet, die Verkabelung ist somit schnell erledigt. Nicht in der Bauanleitung aufgeführt ist die Befestigung des Filamentsensors, der am Extruder angeklemmt wird. An dem Stecker für den Filamentsensor befindet sich eine kleine Platine, die entfernt werden muss, um diesen anbringen zu können. Der Halter für die Filamentspulen wird am Gehäuse der Elektronik angeschraubt. Abschließend können die bunten Gummileisten in die Aluprofile geklemmt werden, der Zusammenbau ist in etwa einer halben Stunde erledigt. Auch bei dem 10S wird die Y-Achse längs des Aluprofils von insgesamt sechs Rollen geführt. Erneut habe ich die beiden mittleren Rollen entfernt, da vier Punkte leichter mit dem optimalen Anpressdruck zu justieren sind als sechs Rollen. Die Rollen sind an Exzentermuttern befestigt, über welche der Abstand der Drehachse zum Aluprofil eingestellt werden kann. Mit den beiliegenden Schraubenschlüsseln können die Rollen justiert werden. An den Plastikrollen kommt es im Betrieb durch die raue Oberfläche des eloxierten Aluminiums zu etwas Abrieb, ein wenig Universalfett an Rollen und Aluminiumleiste verhindert das wirkungsvoll. Die Rollen sind insgesamt so stabil, dass an dem Vorläufermodell, dem CR10, mit dem ich schon seit einigen Monaten arbeite, die Laufflächen nach wie vor in Ordnung sind. Das Innere der Elektronikbox ist sauber verkabelt. Das mit einem Lüfter ausgestattete Netzteil liefert ausgangsseitig 12V bei bis zu 30A. Zwei weitere Lüfter sorgen im Innern der Box für niedrige Temperaturen. Die Heizung des Druckbettes wird von einem Leistungstransistor auf einer separaten Platine geschaltet, eine optimale Lösung. Der Halter der Umlenkrolle des Zahnriemens der Y-Achse besteht nun aus Metall, durch Verschieben längs des Aluprofils kann der Riemen ordnungsgemäß gespannt werden. Auch der Riemen der X-Achse kann mit dem Halter der Umlenkrolle gespannt werden. Sowohl die Y-Achse mit dem Druckbett... ...als auch die X-Achse mit dem Druckkopf lassen sich per Hand leicht bewegen, die Mechanik ist sehr gut. Die Z-Achse wird bei dem 10S an beiden Enden der X-Achse von je einem Schrittmotor über Spindeln bewegt. Beim Vorgängermodell mit nur einem Spindelantrieb hat sich die X-Achse beim Drucken an dem losen Ende immer etwas in vertikaler Richtung bewegt. Das ist nun ganz offensichtlich nicht mehr der Fall, der Zeiger der Messuhr bewegt sich nur bei sehr genauem Hinsehen. Druckdaten können auf einer Micro-SD-Karte als G-Code-Dateien abgespeichert werden. Das Druckbett habe ich vor dem ersten Einschalten mit den vier Rändelmuttern auf eine niedrige Position gebracht. Nach dem Einschalten... ...erscheint das Hauptmenü und es ist festzustellen, dass die Lüfter zwar zu hören sind, aber deutlich leiser arbeiten als bei dem doch recht lauten Vorgängermodell. Über den Drehknopf kann der Drucker bedient und so alle Achsen zu den Endschaltern gefahren werden. Die X-Achse muss an beiden Enden auf gleicher Höhe justiert werden, ich verwende hierzu einen Abstandshalter aus PLA mit einer Höhe von 82mm, den ich zuvor gedruckt habe. Nach dem erneuten Homing des Druckers beginnt das Leveln des Druckbetts. Mit Hilfe des Druckermenüs kann der Druckkopf automatisch zu den vier Punkten über den Schrauben gefahren werden, was das Justieren im Vergleich zum Vorgänger deutlich erleichtert. Das Druckbett wird wie üblich mit Hilfe der Rändelmuttern schrittweise angehoben... ...bis im letzten Schritt nur noch ein Blatt Papier leicht klemmend zwischen Glasplatte und Düse hindurchgezogen werden kann. Im Drucker liegt eine kleine Spule mit weißem PLA bei. Um dieses einführen zu können, muss das Hotend über das Druckermenü zunächst auf 185 Grad Celsius vorgeheizt werden. Nach Erreichen der Zieltemperatur wird das Filament am Extrudermotor eingefädelt... ...bis ein Strang Plastik an der Düse austritt. Zur guten Haftung von Objekten am Druckbett liegen dem Paket zwei selbstklebende Folien bei, ich drucke allerdings direkt auf der Glasscheibe. Dabei sorgt eine dünne Schicht Kleber dafür, dass der Kunststoff der ersten Lage gut auf der Glasplatte haftet. Das beheizte Druckbett ist bei dem CR10S auf der Unterseite isoliert. Die Maximaltemperatur ist per Software auf 135 Grad Celsius begrenzt. Wobei 60 Grad Celsius in meinem mit 13 Grad recht kühlen Fotostudio nach etwa 10 Minuten erreicht sind... ...und 90 Grad Celsius nach etwa 25 Minuten zu messen sind, was ich somit als die Maximaltemperatur des Gerätes bezeichnen würde. In einer höheren Umgebungstemperatur sind sicher auch 100 Grad Celsius zu erreichen, mehr aber nicht. Zeit für einen ersten Testdruck, ich verwende die auf der mitgelieferten MicroSD-Karte befindliche Datei cat.gcode. Nach Erreichen der Zieltemperatur von Druckbett und Hotend beginnt der CR10S mit der Abarbeitung der Datei. Die Schichtstärke der Katzenfigur ist auf 0.2mm gesetzt. Die inneren Strukturen werden mit 55mm gedruckt, die äußeren Rändern mit 35mm pro Sekunde. Der CR10S kann den Druck nach einem Stromausfall fortsetzen, hier habe ich einen Stecker gezogen, um diese Funktion zu testen. Wird die Stromversorgung wiederhergestellt, so erscheint auf dem Display die Frage, ob der Druck fortgesetzt werden soll. Wird hier mit YES bestätigt, so werden zunächst Druckbett und Hotend wieder auf die vorgegebenen Temperaturen geheizt. Anschließend fährt der Druckkopf ein paar Millimeter nach oben... ...und dann die X- und Y-Achse zu den Endschaltern. Danach wird der Druck fortgesetzt. Findet der Stromausfall wie hier statt, während sich der Druckkopf am Rand der Figur befindet, ist an der Oberfläche später ein kleiner Knubbel zu sehen. Eine weitere Funktion, die ich teste, ist der Filamentsensor. Geht dem Drucker das Filament aus, so fährt zunächst die X-Achse... ...und anschließend die Y-Achse zum Endschalter. Ungünstigerweise wird die Heizung des Druckbetts abgeschaltet, wenn das Filament ausgeht, was dazu führen kann, dass sich das Druckobjekt von der Oberfläche löst. Nach dem Filamentwechsel, der somit zeitnah erfolgen sollte... ...kann der Druck über das Menü fortgesetzt werden. Ich habe bronzefarbenes Filament verwendet, um den Wechsel zu verdeutlichen. Der Filamentsensor ist ein sehr sinnvolles Update des Druckers, so kann man unbedenklich eine Rolle mit nur noch wenigen Metern Filament verwenden, bevor man zu einer neuen Spule greift. Nach etwa zwei Stunden ist der Druck abgeschlossen. Nach dem Abkühlen des Druckbetts lässt sich die Figur mit etwas Kraftaufwand von der Glasplatte lösen. Das Ergebnis ist überzeugend, alle Details an der Oberfläche, besonders die Schriftzeichen sind gut zu erkennen. Die Stelle, an der ich den Stromausfall simuliert habe, ist nicht nur durch den entstandenen Knubbel zu erkennen, es läuft ein erkennbarer Absatz rings um die Figur. Stromausfälle ereignen sich in Zentraleuropa eher selten, wichtiger ist daher, dass der Übergang zwischen den beiden Filamentrollen außer an dem Farbwechsel nicht auszumachen ist. Figuren sind nicht mein Ding, daher teste ich als nächstes, was der CR10S für mich im Alltag zu leisten vermag. Ich drucke das Chassis eines neuen Roboterfahrzeugs, welches ich zurzeit entwickle. Da das Ganze gleichzeitig ein Druckertest sein soll, habe ich die wenigen nötigen Stützstrukturen in das Design implementiert. Die Stützpfosten der Überbrückungen besitzen eine Breite von nur 4mm und wurden schön gerade gedruckt. Die Schichtstärke ist auf 0.2mm gesetzt, die Druckgeschwindigkeit der äußeren Kanten auf 30mm pro Sekunde... ...die der Füllstrukturen auf 60mm pro Sekunde. Mit einer Länge von 195mm, einer Breite von 106mm und einer Höhe von 75mm ist das Bauteil keinesfalls klein, insgesamt werden etwa 120g Filament zum Druck benötigt. Nach etwa 17 Stunden ist der Druck abgeschlossen. An den recht kniffligen Überhängen des Fensterausschnitts macht sich bemerkbar... ...dass die Kühlluft nicht optimal strömt, der Luftkanal bläst gegen die Kante des Druckkopfs. Ich habe daher von diesem Bauteil in OpenSCAD eine verbesserte Version erstellt, gedruckt wird hier ebenfalls mit einer Schichtstärke von 0.2mm. Der Luftstrom erreicht nun den Kunststoff an der Spitze der Düse des Extruders. Als weitere Bauteile benötige ich für den Roboter vier Mechanumräder. Diese bestehen aus einer Felge, an der in diesem Fall 11 kleine Rollen angebracht werden. Der Durchmesser der Rollen beträgt 20mm bei einer Höhe von nur 2mm. Der Felgendurchmesser beträgt 55mm. Die Rollen sind schön rund gedruckt worden und durch die im Winkel von 45 Grad durch die Felge verlaufenden Löcher für die Achsen passen Stücke von 1.75mm Filament ohne Nacharbeiten hinein. Letztes Druckobjekt dieses Testberichts ist das hintere Fahrwerksteil des Rovers, an dem zwei Servos befestigt werden. Dieses Bauteil ist 85x58x23mm groß und wird wie alle anderen Teile mit einer Schichtstärke von 0.2mm gedruckt. Mit den Druckergebnissen bin ich sehr zufrieden. Die Oberflächen der Bauteile zeigen keine Lücken, der Schriftzug auf dem Gehäuse des Roboters ist klar zu erkennen und es wurden keine Fäden gesponnen, auch bezüglich Stringing ist der Drucker sehr gut. Alle Teile passen zusammen und ergeben ein funktionierendes Ganzes und darauf kommt es beim Prototypenbau schließlich an. Der CR10S ist ein sehr stabiler Drucker, der sehr gute Resultate liefert, ich bin von dem Gerät begeistert. Die Updates im Vergleich zum schon sehr guten Vorgängermodell machen sich allesamt positiv bemerkbar. Die Druckqualität wird durch den zweiten Spindelantrieb der Z-Achse und den leicht überarbeiteten Druckkopf definitiv verbessert. Das Justieren des Druckbets wird mit der neuen Firmware deutlich vereinfacht und schließlich wird der Filamentsensor den ein oder anderen eurer Druckaufträge retten, ich kann den CNS ruhigen Gewissens empfehlen. Aufnahmen der von mir angefertigten Drucke in voller Kameraauflösung sowie die 3D-Dateien gibt's wie immer auf meinen Seiten. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald! 房ene nicht huile Vielen Dank.